Und da kann man es auch noch mal sehen, links ist es noch nicht geschliffen, auch noch nicht lasiert. Das ist der Ist-Zustand und rechts eben, wie es nach dem Schleifen und nach dem zweimaligen Lasieren ausschaut. Wunderbar! Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Die Fassadensaison geht jetzt hier richtig los. Ihr seht hinter mir eine Holzfassade tutto completo. Alles muss hier geschliffen werden und wie wir das machen, zeige ich euch in mehreren Videos. Wir gehen jetzt hier mal scharf ran. Ich habe schon mal ein Brotschiff gemacht und dann zeige ich euch mal, wie die Holzqualität eigentlich aussieht und was ich hier alles machen werde. Viel Spaß bei diesem Video! Erste Etage jetzt hier auf der Gerüstlage. Hier knallt natürlich ordentlich die Sonne drauf und dann kann man ja auch mal sehen, wie die Lasur hier oben gerissen ist. Da. Und wie ordentlich man das gut runterschleifen kann. Das habe ich hier hinten schon probiert. Und das ging relativ gut. Also da bin ich schon mal froh, dass das so gut funktioniert. Wir gehen jetzt noch mal nach oben und können hier auch mal sehen, wie die Lasur abplatzt, abfatzt und oben, wo die Sonne in den Ecken nicht hinkommt, dass der Anstrich eigentlich noch intakt ist. Man meint es, aber der hat es auch nötig. Und jetzt gehen wir einfach her und schleifen hier alles mal schön durch. Und wie ich das mache, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei! Wir schleifen. Ich mache die Maschine klar, einen Rutscher, Akku betrieben, mache einen Staubsauger noch ran, habe einen 120er Schleifkorn oben, 125er Durchmesser und kann das hier gut ordentlich schleifen, anschleifen. Auch bewusst lassen wir das ein bisschen porös. Also vom Holz her, wir müssen das nicht ganz glatt machen, denn wir haben damit eine noch bessere Eindringtiefe für die Lasur und eine bessere Verankerung einfach und besseren Holzschutz natürlich. So, jetzt haben wir hier diese zwei Möglichkeiten. Einmal die zwei Geräte, den Rutscher, der hin und her rutscht und den Exzenterschleifer, der wirklich das ordentlich runter holt durch die exzentrische Bewegung. Und damit können wir hier gut schleifen. Wir können das jetzt Ganze so machen mit dem Beutel, der jetzt hier hinten dran hängt, beziehungsweise ich nehme jetzt noch den Staubsauger. Ich zeige es euch bloß mal ganz kurz, wie es mit dem Beutel ist. Geht optimal. Der Staubsaugeranschluss natürlich dann noch besser, weil eben dann auch das von der Maschine ordentlich aufgenommen wird. Und hier oben auch für die Zwischenräume gehe ich wieder her und nehme einfach gebrauchtes Schleifpapier. Da können wir jetzt auch das hier vorne abmachen und das einmal so zerknüllen und dann von Hand reingehen, beziehungsweise könnte ich das jetzt auch. Ich probiere es mal mit dem Rutscher. Also, so werde ich jetzt vorgehen. Jetzt habe ich geschaut, wie das funktioniert. Das geht richtig gut. Ich kann auch mit der Hand drüber fahren. Damit kann ich dann nochmal gleich testen, kriege ich hier einen Sporen rein oder nicht. Also ist die Oberfläche hier mehr oder weniger gut angeschliffen. Und dann passt das. Wir schleifen jetzt alles hier durch und dann sehen wir uns gleich mal wieder zum Besprechen. Jetzt habe ich hier die rechte Stückseite mal geschliffen. Da könnt ihr mal schauen, wie das Ganze aussieht. Wenn das jetzt... ...fertig geschliffen ist, die Farbe runtergeholt ist und da kann man das links noch sehen, wie es vorher aussah. Auch unten vom Efeu... ...das ist auch nicht rausgeschliffen. Efeu müssen wir unten auch abbrennen und dann auch abstrahlen und isolieren, bevor wir den Sockel streichen. Ja, das ist ein anderes Thema. Hier gehst du jetzt ans Holzschleifen und da ist man ganz gut mit einem Tag dabei. Ich habe die Sonnencreme ausgepackt. Für mich geht es jetzt hier weiter. Die erste Etage. Fertig geschliffen. Drei Stunden circa. Wir gehen jetzt hoch und da muss ich euch zum Schleifpapier noch etwas sagen. Am Anfang habe ich ja gesagt, ich schleife es mit 150er. Ich habe jetzt aber das 100er da genommen, weil es doch einfach steifer, härter ist und somit ich da auf der Fläche mehr wegnehmen kann. Ich habe jetzt hier noch spezielle Holzschleifteller. Die haben jetzt zwar keinen Lochkreis, somit staubt es ein bisschen, aber auf der Fläche nimmt da einfach schneller die Lasur... Jungs, ihr müsst es mir verzeihen. Wir probieren es. Wir probieren es. Natürlich Micky Maus, weil ich habe jetzt für hier unten für die Seite drei Stunden, wie gesagt, geschliffen und irgendwann fängt es halt an hier zu vibrieren. Und hier oben, deswegen setze ich immer die Dinger auf. Also, Schleifteller. Da können wir jetzt mal ausprobieren und mal schauen, dass es mit dem Holzschleifpapier am Anfang ein bisschen schneller geht, mit dem Holzschleifmittel, weil ich da einfach durch diese Körnung noch ein bisschen schneller die alte Lasur runterhole. Und dann gehe ich einfach nochmal mit dem Pfeil drüber. Und da wir hier ein super Hartholz haben, ist es natürlich immer schwierig. Es gibt auch noch so Tellerschrubbscheiben oder so Kunststoffteller, die hier vorne so Härchen dran haben aus Kunststoff. Ich schau mal, wenn ich jetzt morgen wieder herfahre, ob ich zu Hause das noch finde. Das wird auf die Flex aufgetragen und dann geht es auch noch relativ zügig und relativ gut. Müsst ihr jetzt aber hier nicht so unbedingt die Anwendung finden. Das macht eher Sinn, wenn man eine schwarze Holzfläche hat, also richtig verkraut und will das dann wieder richtig aufbürsten. Und da bietet sich eben so eine Bürstteller-Maschine oder so ein Aufsatz besser an. Ich zeige euch jetzt mal mit dem Schleifpapier eins, zwei, drei, wie ich es hier runternehme und dann mache ich das 100er drauf. Und dann sehen wir zusammen, wie das Ganze aussieht und wie schnell es eigentlich geht. Ja. Das war's. Spannungsgeladene Musik Nicht verwechseln, schnell ist relativ. Also es geht ein bisschen besser, aber das heißt leider nicht, dass wir hier Maschine ansetzen, zweimal hin und her juckeln und schon ist das Ganze durch. Also es ist einfach schon sehr anstrengend, klar. Aber hier kann ich mir bewusst die Zeit nehmen, das ist nicht nur die Wetterseite und vorne noch um die Ecke. Der Rest, der ist alles okay, der wird nur leicht angeschliffen und dann passt das. Aber diese trockende Lasur, das müssen wir ein bisschen runterholen. Also Schleifpapier, ich schaue nochmal, ob ich auch über Nacht nochmal 80er bekomme. Weil jetzt das war 80er und das zum Danachschleifen war 100er Schleifpapier. Macht sich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Jetzt werde ich hier noch die Stücke rausschleifen. Hier beim schwarzen Holz oben die Abkantung, das zeige ich euch sozusagen ein Dachvorsprung, Wetterschutz. Das Ganze werde ich schleifen, dann werde ich hier die Fuge erneuern, auch nicht mehr schön. Und dann werde ich das mit dem Adler Renovierungsgrund mal einlassen, weil das Schwarze kriege ich nicht rausgeschliffen. Das wird zu aufwendig, das werden wir ein bisschen aufhellen und dann wie gesagt, wie im letzten Video, das Ganze mit Renovierungsgrund bearbeiten. Und dann mit Lasur in Eiche gehen wir dann darüber. Fertig geschliffen hier, die ganze Fassade bis hoch. Und so schaut es jetzt aus. Und natürlich, kann ich mal zeigen, Eimer halb voll mit Späne oder Abschleifstaub. Na, circa 17 Uhr und jetzt lassen wir das mal nicht trocknen, sondern können das Ganze morgen streichen. Und werde ich das einmal einlassen und dann schauen wir uns das Ganze an, wie es aussieht, wenn es nach dem ersten Mal gestrichen ist. Wie auf der Oberfläche, also auf der geschliffenen Holzoberfläche, wo die Lasur richtig gut weggeschliffen wurde, das Holz eindringt. Und wie es zum Beispiel hier auf dem Holzbalken, wo noch intakte Lasur oben ist, wie da die Lasur eben einträgt. Das testen wir dann. Und da ist das Holz schon das erste Mal eingelassen. Und hier auch. Und da möchte ich euch was zeigen. Hier ist es auch eingelassen. Hier, wie gesagt, möchte ich euch was zeigen. Ein kleiner, wichtiger Tipp. Die Sonne strahlt und das ist gut so. T-Shirt wieder angezogen, denn bei der Hitze zieht das natürlich aus und greift mich auch mit 30er Sonnenschutzfaktor ein. Also, was ich euch zeigen will, ist, ich habe alles mit Eiche gestrichen. Habe hier unten Eiche gestrichen und hatten jetzt eben auch das Gespräch gehabt, warum denn wir das Holz nicht heller bekommen. Also es ist so, dass wenn das Holz schon einmal mit Lasur gestrichen wurde und die alte Farbe, so wie es hier am Anfang war, abblättert, müssen wir die natürlich runterholen. Und das Holz ist ja schon mit diesem Farbton, der ursprünglich gestrichen wurde, gedrängt. Und somit hat das Holz schon seinen Farbton. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hergehe und streiche das mit Eiche, feuere ich das natürlich wieder an und bekomme auch diesen Eicheton raus. Was ich aber auch bekomme, ist, hier ist ganz einfaches, klares Wasser und ich streiche jetzt hier Wasser drauf und somit sehe ich auch, dass ich das anfeuere, das Holz, und somit bekomme ich wieder diesen Farbton raus. Wir müssen es aber nicht transparent streichen, sondern pigmentiert, also hier mit Eiche, damit wir auch diesen hochwertigen UV-Schutz haben, denn nur durch Pigment können wir eben den UV-Schutz gewährleisten. Hier ist es Lerche-Farbton, hier ist es Eiche-Farbton, hier ist es der Weide-Farbton. Lerche ist ein bisschen dunkler im Normalfall wie die Eiche, die Weide ist ein bisschen heller wie die Eiche von der Farbtonkarte her. Aber wie ihr sehen könnt, ist kaum ein Unterschied zu sehen. Und das hat man jetzt eben auch im Gespräch mit der Kundschaft, dass das eben rückwirkend nicht anders und technisch nicht möglich ist. Das jetzt nochmal für euch als kleiner Tipp. Ja, und was ich noch habe ist, ich habe zum Beispiel oben, ich habe hier oben, wo die Farbe noch fest war, also wieder so intakt, so wie unter dem Dachholz, habe ich jetzt die ganze Fläche mit Weide-Farbton gestrichen, also der hellere Farbton auf der Farbtonkarte und höre bewusst hier zum Beispiel sehend auf und hier auf und streiche dann hier rein mit Eiche, damit wir keinen helleren Farbtonkarte und damit ich diese Helligkeiten vom Holz angleiche mit dem Bestand oder Bestandsfarbton. So habe ich das da gemacht und links habe ich es erstmal weggelassen und rechts mit Weide. Und aktiver Holzschutz geht jetzt so, indem wir natürlich hier einen Bürstel nehmen. Da habe ich jetzt hier ein hunderter Borstentier sozusagen und wir tauchen das ein und da die Lasur wunderbar eingestellt ist, können wir hier das Material schön eintragen, auftragen und einbürsteln. Und Lasur auf Holz immer bürsten, denn wir wollen unsere Farbe schön einmassieren und dann sieht das Ganze so mattiert aus. Hier ist es noch glänzend und wenn der zweite Anstrich zu sehen ist, drauf ist, zeige ich euch das auch noch. Gehen wir kurz hier rüber, das habe ich gestern gemacht für die Kundschaft, damit die sehen, wie eigentlich der aktive Holzschutz da ist. Und das kann man hier gut erkennen. Glänzende Oberfläche, beim ersten Mal ordentlich eingezogen, beim zweiten Mal liegt unsere Holzlasur auf der Oberfläche und das wollen wir erreichen. Und da zeige ich euch nochmal so einen Abperleffekt. Und hier meine Gießkanne, zack, und da perlt das alles hier wunderbar runter. Selbst beim ersten Anstrich perlt es ordentlich ab und beim zweiten sowieso. Und das wollen wir erreichen. Ich mache mir jetzt in die Spur. Und streiche hier die Etage. Und die obere Etage habe ich schon. Und da geht es bloß noch um die mittlere. Und wenn die fertig ist, dann sehen wir uns gleich. Versprochen, eigentlich versprochen, eigentlich versprochen. Hinter mir ist jetzt die Fassade, das erste Mal gestrichen. Meine Hände schwarz wie die Nacht. Überall sieht aus, aber so sieht man halt aus auf der Fassade. Das ist ein ganz schönes Rumgeturne. Und da gehen wir jetzt zusammen mal durch. Einmal gestrichen das Ganze. Auch oben alles fertig. Soweit heute ist der Mittwoch. Und da werden wir jetzt zusammen morgen den zweiten Anstrich auftragen. Ich habe jetzt nochmal Eichellasur bestellt. Zweimal fünf Liter. Das sollte hier reichen. Und das kommt für morgen. Und jetzt gehen wir mal zusammen hoch und schauen uns mal die Fläche an. Da ist meine ganze Batterie an Lasuren. Abdeckmaterialien. Ja, so schaut es aus. Wunderbar. Fenster jetzt auch schon gestrichen. Das zweite Mal. Und dann sehen wir uns das morgen an. Hier habe ich den Kabelkanal mitgestrichen. Den werde ich dann aber separat nochmal in dem Lack rausarbeiten, dass der ordentlich aussieht und nicht in Weiß. Ja, Fassade hier kann man das gut sehen. Das ist noch ein bisschen alte Farbe oben, wie das jetzt doch eben auf der Fläche aussieht. Ganz gut. Oben das Dachholz ist auch durchgekitzelt, durchgekitzelt, sage ich mal. Da muss ich mich hinlegen. Ihr kennt das alle. Schwieriges Unterfangen. Die Kamera mit dem Gorilla Bundle, um die Gerüststangen ordentlich zu platzieren. Aber mit dem wir sind. Fünf Bretter später kann man ganz gut sehen. Hier unten noch mattiert und hier auf der Oberfläche, wo ich die Bretter gemacht habe, da liegt jetzt schön die Lasur oben. Es lässt sich auch super verstreichen. Gerade da, wo das Holz eben wie hier unten roh ist, funktioniert das richtig gut. Meine Dose ist fast leer. Dreimal könnt ihr raten. Einmal reicht. Die Giebeseite der Fassade ist fertig. Juhu. Und da kann man es auch nochmal sehen. Links ist es noch nicht geschliffen, auch noch nicht lasiert. Das ist der Ist-Zustand. Und rechts eben, wie es nach dem Schleifen und nach dem zweimaligen Lasieren ausschaut. Wunderbar. Und da ist es noch nicht geschliffen. Jetzt sind wir zum Schluss angekommen. Alles ist fertig gestrichen. Ich habe es hier vorne an der Ecke nochmal gezeigt, zum Schluss auch wie das aussieht. Da kann man auch nochmal sehen. Links nicht gestrichen oder noch nicht behandelt, nicht geschliffen, wie es der ursprüngliche Zustand ist momentan und wie es jetzt einfach hier aussieht. Und ich muss sagen, mir gefällt es. Mir tut die Schulter weh. Ich habe dann abends immer den Ball und mache dann immer diesen Ball die ganze Zeit. Ja, es ist anstrengend. Und da wollen wir auch nicht drum herum reden. Aber das ist halt mein Job. Und das wissen wir. Und das wisst ihr. Und das weiß ich. Und deswegen tun wir auch was für die Gesundheit. Nämlich Work-Life-Balance. Deswegen ziehen wir jetzt 10 Wochen am Stück durch und dann ist auch wieder Urlaubszeit. Aber jetzt kommt eine Fassade nach der anderen. Und hier geht es dann weiter. Hier hinten habt ihr vielleicht gesehen, da ist Efeu dran. Da habe ich noch kein Video gemacht. Wie ich den Efeu entferne. Wie wir das behandeln untergrundtechnisch. Das kommt dann vielleicht im nächsten Video. Vielleicht auch übernächstes. Weil ich will zuerst das Gerüst weg haben. Und dann kann ich hier ordentlich arbeiten. Und muss nicht unten drunter La Bamba machen. Oder hier unter der Stahl durchtauchen. Okay, dann sage ich eins ganz einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute haben wir hier ein bisschen bewölkte, ja einen bewölkten Himmel. Das ist ganz gut. Da knallt nicht so die Sonne ordentlich auf meinen Rücken. Da bin ich auch ein bisschen kopftechnisch dankbar. Denn die Kopfschmerzen abends sind einfach da. Durch die ständige Sonneneinstrahlung. Deswegen versuche ich immer ab Mittag im Schatten hinten zu arbeiten. Und vormittags so ein bisschen die Sonne mitzunehmen. Das sollt ihr auch berücksichtigen. Untergrund dementsprechend immer schauen, dass es nicht zu heiß ist. Und nicht auf der Oberfläche kocht. Und dann hier euer Material aufbringt. Oder das dann aufbrennt, Blasen schlägt. Oder dementsprechend langfristig nicht den optimalen Schutz bieten kann. Weil das Material dann vielleicht gleich durch die Sonne ein bisschen kaputt geht. Weil es zu schnell auftrocknet. Etc. pp. Ende des Videos. Ich sage recht herzlichen Dank. Immer gute Laune. Euer Madermeister André Klinger. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüssi Kowski.